WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Was kann ich für dich tun? Ich muss warten, bis die Woche weg ist. Hier geht's. Ich hoffe, dass ich dich nicht beschäftige. Natürlich nicht. Das ist mein Job. Scheiße, Vincent muss etwas tun, um zu tun, um zu tun. Also, äh... Wie warst du in einer Präsenz? Ich habe mir ganze Leben lang gelebt, also es macht einfach Sinn. Ja. Ich hab noch mal was. Ich hab noch mal was. Ist etwas falsch? Wiesigott, ui, es funktioniert. Jep. Nach, glaube ich, äh, 6-7 Versuchen hat es funktioniert. Oder auf uns ungefähr holen, oder? Du kannst jetzt weiter gehen, sie duckt sie gerade. Ja, aber, die Woche ist noch. Achso, naja, ich kann nix machen, ich kann nur mit der Schwende, aber ... Schau, schau mal nach hinten mit meiner linken Maustaste. Äh, zur Scheibe hin. Jawoll. Schau, was du mir gemacht hast. Reingesteckt. Hast du die Maustaste noch da zu mir gehört? Jupp. Okay. Das muss man schon sagen. Ich glaub, die gehört zu dir, weil das in deine Richtung war. Wenn's bei dir steht, dann gehörst du dir. Wenn's auf meiner Seite steht, dann gehörst du zu mir. Du musst dich irgendwie ablenken. Äh, ja, ich weiß, hab ich überlegt grad. Ich hab Schmerzen. Ja, ja, ich kann aber Hunger auch haben, oder? Äh... Ja, ich hab diesen schmerzenden Kopf. Ich meine, es ist einfach... Ich sehe hier flashes. Ist da etwas, was du mir für das? Ich kann nicht even close meine Augen. Es tut mir wirklich schlecht. Okay. Ich gebe dir ein paar Pils und Wasser. Okay. Ich mag es. Pils sind los. Du, 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 du. Ich geh jetzt zum Bett zurück. Du, 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 du. Haha. Es wäre nichts passiert. Hahaha. Es ist nichts passiert. Hahaha. Okay. Oh mein Gott. Was sagst du, what? Das ist doch ein gutes Spiel, oder? Aha, ja. Ich bin neugierig, wie oft ich sterbe, wenn ich so etwas machen muss. Keine Ahnung. Was sind Sie? Nichts. Nichts. Ich habe das gesehen, ja? Was denn? Was denn? Du hast den Schraubenschlüssel daraus geregt. Hier ist eine Pfeile. Ja, habe ich auch gesehen. Du hast den Schraubenschlüssel. Ja, sah voll aus wie ein Schraubenschlüssel aus. Ja, ja. So. Also, das bist du? Ja, ich kann das. Ich kann das? Wo kommst du? Ja, ich komme da. Ja, ich bin da. Mein bester Freund. Also, was ist dein Plan? Entschuldigung? Ich weiß, was du da bist. Ich weiß nicht, was du da bist. Komm jetzt. Ich will das mal. Körlst du jetzt auf, was du? Nein, was du? Nein, ich will. Du bist dein Team. Aber du musst dich nicht zurückziehen. Du kannst nicht draufziehen. Ich weiß nicht. Du kannst dich nicht weiterziehen. Hm. Heyyyyyy, can you talk about me? I'm pretty damn sure our chances would be a lot better if we weren't together. And you know that. Ich lebe schon wieder mit. Was machst du? Ich lebe schon wieder mit mit den beiden. Wieso? Na weil, mhm. Hmhm. Hmhm. Oh mein Öhrchen, die schon wieder eh. Oh shit, meine Öhrchen. Mein Arme ist Öhrchen. Wird weh. Hörst du schon wieder weh weh? Hmhm. Ist Öhrchen? Schon wieder mein Kopfhörer eingeklemmt. Warum magst du es nicht größer? Weil es nicht geht. Hä? Es hat eine Standardgröße. Ach so, na meine sind zum Verstellen. Ja. Es ist mein Plan. Und ich entscheide, was dauert. Hast du das? Sicher. Hmhm. Whatever du sagst. Ja. Ja. Ich meine es, Mann. Du hast das aufgelöst. Ich werde dich selbst töten. Ja, ich verstehe. Danke. Also, was ist dein Plan? Du wirst schnell genug wissen. Also, ich sterbe. Sicher. Was? Sicher. Äh, ja, ich werde sicher vermassen. Oh, way out. Und du hast gesagt gerade, wenn ich vermassle, sterbe ich. Hm. Dann vermassle lässt nicht Holo. Na ja, schauen wir mal. Hey, Leo. Du hast wirklich einen Weg im Plan, oder? Du hast überhaupt nichts gesagt. Du hast überhaupt nicht gesagt. Du hast schon gesagt, ich dir das gemacht. Ich bin deine Meinung. Du hast ihn geimpfen, ich dir das. Ich nicht strikt hab, oder? Du dazu hast mich, nicht? Du hast mich absacken. Du hast mich principles lassen. Du hast einschel fotoniert. Du hast mich geimpfen. Aber ich dir das nicht. Ich er someday. Du hast mir això. ein bisschen ein bisschen ein kleines bisschen item holo bitte was bitte 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 was leo du bist der leo ja und du bist der vincent vincent ok der vince hm 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 das stimmt hm 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 ja hm 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 ne 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 m ne ne ja ne n ne 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 Du musst den Meißel besorgen. Ja, aber... Auch mit dem muss ich reden. Hey, mein Besen ist kaputt. Ich glaube, Brullus muss jetzt, glaube ich, zu mir kommen. Ja, ich muss mit dem jetzt reden. Ich meine, das ist der größte Punkt, oder? Ich drücke immer auf Q. Gut, du kommst. Da geht's weiter. Andere Seite. Andere Seite. Andere Seite. Geradeaus, 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 rechts. Rechts? Ah! Viel Spaß da oben. Ja, du betrug ich mich. Du. Automatisch. Nichts, was ist das Problem? Ich habe dir eine neue Bremse. Komm her. Komm her. Jetzt geh zurück zur Arbeit. Beide, ich habe jemanden überlegt. Ich habe ihn jetzt in meiner Seite ausgehauen. Wolltet ihr? Wolltet, du wirst wieder auf uswassen? Wir kommen wieder zu mir. Wolltet ihr? Wew so weg. Glocketон, es ist los. Wir kommen wieder zu uns. Wolltet ihr? Wie kommen wieder zu mir? Wolltet ihr? Nie wpellt ihr? Ich glaube, ich muss da drüben, Robbe, oder? Oh Gott, dammit. Oh Gott, dammit. Hey, was weiß ich, was die Gäste ist? Was meinst du? Du weißt, wenn sie Freude und so weiter nehmen, sie sind nicht da drüben. Noch nicht, wenn die Wache zu dir schaut. Warum? Äh, nur so, ich mag sie einfach nicht. Ich mag einfach nicht so gut die Gäste. Ah, da unten steht da Wache, ich muss da rumgehen. Ich kann ihn vorwärts springen. Es sieht aus wie ein... Kann man aber sagen. Der steht noch immer da unten. Jetzt soll ganz gehen. Ich schwitze wie ein Schwein. Und jetzt? Ich schwitze wie ein Bier. Na, ich schwitze wie ein Bier. Das wird kohlen und die Tage schneller machen. Ja, das ist wahr. Ah, guck mal weiter. Ich bin in einem Pianderhänger geblieben. Ich glaube, das ist ein Restaurant. Geh' zurück zum Arbeit. Und schau' schau'. Und schau'n. Die Wiese heißt schau'n. Ja. Gib halt ruhig. Niemals. Verlieder sein mit dir, Olo. Du musst den Meißel zum Fred geben. Ah ja. Ha, haben wir gut gemacht. Hätte ich mir nicht gedacht, dass ich das wacke. Hätte ich mir nicht gedacht, dass ich das wacke. Niemand anwesend außer du. Niemand anwesend. Hey, Leo. Was geht, Fred? Na ja. Wir haben Spaß. Ich hoffe, du magst es. Oder? Jo. Und die Meißel habe ich jetzt wieder. Klopf, klopf. Entschuldigung. Was? Was? Ähm. Ein bisschen langsam, Olo. Warum bin ich zu langsam? Warum bin ich zu langsam? Ich mache nichts. Läuft der Held auf eine Zeit ab? Ich bin ja. Warte. Ich bin ja daneben. Der hat schon spät in mir. Das bleibt mir nicht. Doch. Ich bin doch gespannt, wie mir. Entschuldigung. Was? Entschuldigung. Ist morgen ein Besuchstag? Nein. Sicher? Ja, geh ins Bett. Geh ins Bett. Geh ins Bett. Geh ins Bett. Ich bin nicht müde, lass mich in Ruhe. Shit. Habe ich erwischt. Was ist das? Oha, ihr seid doch wieder da. Hab ich gar nicht mitbekommen. Hallo Stolzer Rose. Hallöchen, ich war aber jetzt unschuldig. Das war ich. Ich hab nicht gewusst, ob die Wache schon weg ist. Entschuldigung. Was? Ich habe geflogen. Könnte ich ein paar extra Schöne haben? Nein, das wird nicht passieren. Hallo. Was machst du so weit? Hallo Rose. Ich mache nichts. Er ist wieder weg, oder? Ja. Der andere bewegt sich nicht. Dann ist auf der anderen Seite auch einer. Ja. Ich glaube nur der Link ist erstmal wichtig. Oh ja, warte mal, da auf der anderen Seite kommt einer. Kommt der? Ja. Das war knapp. Das war aber nicht knapp, Freund. Das war aber nicht knapp, Freund. Das war nicht knapp. Ja? Ähm. Ist morgen ein Besuchstag? Nein. Ja, geh zu schlafen. Geh zu schlafen. Hallo, mein Freund. Geh zu schlafen. Nein, bin ich nicht. Ich bin nur nebenbei. Was? Ach so. Nachsehen. Dann ist bei mir Ball... Ne, ist bei mir Buggy. Ist bei mir die Anzeige Buggy. Nein. Ja, jetzt... Jetzt werden wir auch da rein. Der eine kommt schon wieder, aber... Gott, der Piss. Ja, ein bisschen hast du noch. Ach, Racho. Hast du? Bin da anwesend. Okay. Dann kann ich ja gar nicht meinen Platz verlassen, ne? Ja, weil... Wieso verlassen? Na, ich mein... Du musst eh nur voratmen, bis ich fertig bin. Ja, aber... Ich mach's so, wie wenn ich nix machen soll. Ja, ich geh schon schlafen. Ja, ich geh schon schlafen. Ich muss meinen Kopf frei kriegen, genau. Mhm. Na, ist, glaube ich, jetzt wieder weg. Jetzt kommt der linke wieder. Ah, jetzt kommt der andere. Na, du Kanova. Am Blinken. Na, du Kanova. Am Blinken. Was nimmst du? Hast du ein Buch, das ich lesen kann? Was klingt wie ein Librarian? Ja, ich bin in der Bibliothek. Haha. Geh zum Bett, Inmaid. Ich will nicht schlafen. Ich komme da an der Vida, oder? Haha. Wie ein Uhrwerk, Hullo. Hullo, die kommen wie ein Uhrwerk. Links und rechts, links und rechts, links und rechts, links und rechts. Jetzt kommen wir zu dir. Ja, ich geh schon schlafen. Ich bin schlafen. Sag, wenn er weg ist. Der ist weg, oder? Ja, was? Geht. Ich dich, 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 dich. Geht schon noch. Geht schon noch, geht schon noch. Woh? Geht noch, ja. Nein, das wird... Aus, 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 aus. Nix passiert. Nix passiert. Du du du. Entschuldigung. Was? Äh... Ich kann ja nicht alles schon wieder ein Buch oder irgendetwas verlangen. Ich probiere es einfach mal aus. Geh zum Bett, Inmaid. Ich bin niemanden, bin ich? Weil die Aufgabe steht auch, äh, Augen offen halten bei dir. Ja, ich weiß. So. Geht. Jo. Bin dabei. Gleich bin ich durch. Okay. Und zwar, jetzt. Jetzt bin ich durch. Ja, mach zu. Der kommt. Jetzt bist du wieder dran. Wenn er weg ist. Wenn er weg ist. Wenn er weg ist. Entschuldigung. Komm, schlech dich. Komm. Ich glaub nicht. Du musst zu schlappen. Okay, du musst zu schlappen. Ich will nicht. Ich bin gut. Kommt der andere? Ich glaub nicht, ja? Ich glaub nicht. Ich hab nicht der andere kommen. Nö, bis jetzt nicht. Nein. Da, Werkzeug. Bitteschön. So. Jetzt mach ich das, ne? Jetzt musst du's gleich machen wie ich. Geht's? Bis jetzt geht's noch. Und... Aufhören. Mit Kuh. Was geht denn? Ich will jetzt eine Frage stellen. Was jetzt? Wie viel hast du eine Stunde? Ehm, wie viel hast du eine Stunde? Ehm, wie viel hast du eine Stunde? Wie viel hast du eine Stunde? Jetzt geh zum Bett. Und der andere jetzt? Ähm, bis jetzt noch nicht. Ich kann's wieder anfangen. Jetzt ist er noch hinten. Und wie macht man das? Äh, wir müssen die Tasten drücken. Die angezeigt werden. Äh, die Wache kommt, Olu. Ja. Die Wache kommt. Ja. Die Wache kommt. Ja. Guck, guck. Das wird mir aber nicht angezeigt. Das ist im Kreis gedreht jetzt da. Das sind die Tasten, die du läufst. Wie hier ASD. Die musst du drücken. Okay, dann hoffentlich krieg ich den Jump. Warte, warte, warte. Jetzt ist er weg. Geht? Jo. Let's go. In die Wache wieder. Du hast aber noch ein bisschen Zeit. Und jetzt aufhören. Aufhören. Das war knapp. Hallo, back relax. Hallo, back relax. Hallo, back. In den Rechten kann ich ablenken. Ja, nein, nicht. Jetzt kommt wieder E-Span. Du hast noch ein bisschen Zeit.